Und danach gucken wir mal, was in den Trends so abgeht. Boah. Nee. Wir gucken direkt in die Trends. Okay, let's go. Das interessiert mich nämlich. Und das ist nämlich so eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Und zwar, ich gucke Herr Ju, ich gucke Crispy Rob sehr, sehr gerne. Und früher, die waren ja, Digga, die waren ja immer an jedem Video irgendwie zusammenfasst. Aber auf einmal einfach gar nichts mehr. Das interessiert mich jetzt, Freunde. Wir gehen rein. Wir sehen uns wieder auf diesem Kanal hier. Aber komm gerne mal rein. Ich habe heute einen Ehrengast. Weißt du noch damals... Was? Weißt du noch damals vor elf Jahren in der Shisha-Bar... Weißt du noch damals vor elf Jahren in der Shisha-Bar? ...die diese 7D kaufen sollst? 60D, glaube ich sogar. 60D war zu teuer. Hätte ich dir damals gesagt, dass du irgendwann mal so ein Chips-Unternehmen hast, hättest du mir geglaubt? Wahrscheinlich nicht. Nee. Nee. Aber weißt du noch damals... Chips-Unternehmen. ...wo ich einfach bei einem Videodreh dabei war, als Kompase und dieser Tag mein Leben verändert hat? Also, no joke, Freunde. Ich kannte dich vom Breakdance-Training und dann warst du in der Halle und meintest so, yo, wir drehen morgen einen Kurzfilm. Hättest du nicht Lust, dabei zu sein? Das Einzige, was du brauchst, ist ein weißes Hemd. Ich so, ja, klar, wieso nicht? Voll cool. Und dann war ich da und dann haben wir gedreht. Und dann in einer Szene warst du und Bau gleichzeitig in der Szene. Und ich durfte die Kamera halten. Und das war das erste Mal, dass ich eine Kamera in der Hand gehalten habe. Also so eine richtige Kamera. Und dann an diesem Tag wusste ich, ich werde etwas machen, wo ich konstant filme und schneide oder irgendwas mit Filmen zu tun habe. Einfach so. Aber ist auch interessant, oder? Ist schon krass irgendwie. Aber ist auch heftig, so dass dann direkt so... Und es hat geklappt, muss man sagen. Random. Gerne geschehen. Das Video geht 27 Minuten lang. Oder sollen wir mal auf 1,5... Nee, warte mal, stopp. Stopp. Stopp, ähm... Ich stelle mal ein bisschen schneller. Ich würde mal sagen, und zu behaupten, das wäre es meine Idee gewesen. Aber eigentlich war es seine Idee. Fangen wir nochmal ein bisschen früher an. Oh, die Longboard-Tour, Junge. Auch sehr wild. Auch mal wieder da. Ja, ja, klar. Nach Ewigkeiten. Ja, diese alten Videos von Ju, ne? Boah, Junge, man vermisst sie schon sehr, Alter. Ich sag's euch ehrlich. Moin, Chef. Moin, was geht? Ich kenne dich mittlerweile seit, äh, so 11 Jahren oder so, ne? 2012 müsste es gewesen sein. 2010 wahrscheinlich. 2012 war das erste Video. Ach so, ja. Ja, 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 ja. Die Sache ist, glaube ich, um ein paar Leute abzuholen, Rob und ich, wir kennen uns halt auch schon vor der YouTube-Zeit, ja? Und da ist schon so einiges Bildes passiert. Ich glaube, hätte man uns damals gesagt, hey, du wirst irgendwann mal so ein Team haben und richtig cooles Team haben. Ich werde mal ein cooles Team haben, richtig cooles Team haben. Das hätten wir uns gar nicht ausmalen können, ne? Wir waren auch irgendwie zu keinem Zeitpunkt jemals bereit für alles, was passierte, so. Ich bin davon ausgegangen, dass du irgendwann Breakdance-Trainer sein wirst und ich, ja, so Hochzeitsfilme mache. Ach, Hochzeitsfilme mache, Digga. Ich hab da voll das Geschäft gesehen. Auch, auch interessanter Job. Dafür, dass du heftige Fotos machst und schon so Filme drehst und du warst hier schon so auf jeden Fall voll am Start. Ich will dir gar nichts dazu sagen, es klingt wie der Quintsch und ich sage, ja, Mann, Digga, erzähl mehr, erzähl mehr. Sogar in der Uni warst du bekannt. Aber durch meinen Bruder auch so ein bisschen. Ja, true, true. Dein Bruder war auch eine Filmlegende aus Aachen schon immer. Klingt so, als wäre er tot, halt. Der ist halt gerade in Berlin um die Netflix-Hier zu Ende. Aber warum wir hier sitzen, liegt daran, dass wir damals extremst, ne, Faust an Faust alles gemacht haben. Hey. Und auf einmal drei Jahre, vier Jahre, 3,5 Jahre keinen Kontakt mehr hatten. Ich glaube, wir können da später drauf eingehen, weil das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ja, voll. Wie gesagt, ich kann mich immer... Digga, das interessiert mich aber wirklich mal. Daran zurückerinnern. Wann streamst du jetzt immer oder immer, wenn du Lust und Zeit hast? Also ich muss jetzt erstmal gucken, so die nächsten zwei Wochen dafür. Werden dafür entscheidend sein. Ähm, wenn ich dann so einen wöchentlichen Ablauf habe, wirklich. Ähm, aber erstmal, wann ich Zeit und Lust habe. Joa, aber ihr könnt euch einstellen, so in den nächsten anderthalb Wochen wisst ihr Bescheid, wann ich Streams kommen. Follt mir am besten einfach auf Instagram. Dann wisst ihr auch Bescheid, wann ich streame. Klare Sache. Zwei Jahre, sieben Tage die Woche aufeinander in einer Wohnung mit ganz vielen Leuten, mit ganz viel Druck, mit ganz viel Hassel, mit ganz viel Spaß. Aber so komprimiert, dass das kein Mensch vernünftig verarbeiten konnte, was in dieser Zeit passiert ist. Leider auch mit ganz viel Alkohol. Ja, natürlich. Wir waren jung. Wir wollten Spaß haben. Ich erinnere mich halt wirklich an die Zeit von Du stehst auf. Dann waren wir irgendwie frühstücken Starbucks. Äh, frühstücken. Äh, ja Jus, das machen wir aber wie gesagt dann erst so in anderthalb Wochen, weil vorher geht nicht. War aber auch schon brainstormed. Vorher geht leider nicht. Wir haben schon zwei, drei Stunden gebrainstormed. Dann kam man in die Wohnung. Dann haben wir schon angefangen irgendwie alles zu organisieren. Bam, bam, bam. Vielleicht schon die ersten Szenen gedreht. Wenn eine Szene abgedreht war, in den Computer. Bam, bam, bam. Gearbeitet. Um 20 Uhr saßen wir immer noch alle am Schreibtisch. Jeder hat sein Ding gemacht. Und dann um 22 Uhr. Ein gesippt. Dann noch vielleicht bis zwei gearbeitet. Dann noch ein gesippt. Und dann nächsten Tag 9 Uhr. Let's go. Jeden Tag muss ich mal vorstellen. Ja, das Ding ist halt einfach auch, es war eine geile Zeit, weil da habe ich gelernt zu arbeiten. Und was es auch heißt für seinen Traum zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz hatte ich nicht das Gefühl, dass ich so mein gesamtes Freizeitleben dadurch vernachleistige. Klar, irgendwann an manchen Punkten schon. Aber wir haben quasi es geschafft, während wir chillen und feiern noch zu arbeiten. Und das ist krass. Wir haben halt auch neben dem Nachtflug gelebt, ne? Das stimmt. Das ist ein Nachtflug ist ein Club in Köln, wo extrem viele hübsche Frauen waren. Beziehungsweise Rob hat dann auch in der Zeit bei mir auf dem Sofa gelebt. Ja. Wo dann später halt auch andere Personen gelebt haben, wie zum Beispiel John. Ja, auch. Also jeder hat auf diesem roten Sofa. Ja, das Sofa ist auch noch so Legende. Kennt ihr das Sofa? Also die, die die Drew-Videos von damals kennen, Digga. Dieses Sofa, das ist Legende, Alter. Ich habe mal lebte, ey, ganz YouTube-Deutschland hat zwischendrin auch mal kurz dort gelebt. Jeder hat da auch irgendwie, weiß nicht, so für den Nachwuchs gesorgt. Irgendwann war das Sofa weg und mein Bett war mein Schreibtischstuhl. Ich habe irgendwann eine Zeit lang diesen Gaming-Ding einfach so gerade gemacht und mir was für die Füße geholt, meine Jacke genommen und in ein paar Tage so geschmorten. Boah, stimmt, du hast einfach auf den Stuhl gelebt. Das eigentlich war das immer so. Das muss man sich mal geben, Alter. Digga, gib die einfach mal. Du hängst einfach den ganzen Tag da. Alter, hart. Hat das richtig gehabt. Leon, Digga, danke für deinen Host. Ich glaube, du pennst den ganzen paar Tage einfach so. Okay, let's go. Warum habe ich da kein Bett gegeben? Ich hatte so eine Matratze, die ich mir theoretisch hinlegen konnte, aber ich habe es irgendwie auch gefühlt. Wie gesagt, ich habe diesen Film auch sehr geliebt und gelebt. Es hat dazugehört. Es hat so für mich die Passion irgendwie gezeigt von so, wir ziehen das durch. Abgesehen davon, dass wir bis Freitag 14 Uhr in einem Video zusammen drehen mussten für deinen Kanal, was irgendwie die ganze Welt sieht. Zu, ich wollte noch meinen Kanal machen. Zu tausend andere Dinge. Das alles komprimiert in einer Woche. Das war krank. Deinen Druck hätte ich nicht haben wollen zu der Zeit. Ein Traum, aber gleichzeitig auch die schlimmste Challenge, die man haben kann. Ich kann mir aber vorstellen, wenn du halt deine Freundesgruppe hast und du siehst das mit denen voll durch, Digga, dann geht das halt auch einfach. Klar, wisst ihr, wie ich meine? Dann bockt das halt auch. Okay, wie topp ich denn das jetzt noch? Auf jeden Fall, wir haben dort gelebt, in diesem kleinen, engen Raum. Und da waren halt teilweise auch sieben, acht Leute, die quasi gerade sich nur fokussiert haben auf einen ganz gewissen Punkt. Und das war das Projekt. Dann wollte man mit dieser Überenergie einfach den Tag nicht enden lassen. War feiern, wir verkadern, wiederdrehen. Aber geil, weil alles irgendwie so berauschend war. Aber teilweise man auch nicht mehr abschalten konnte. So, das war halt eine wilde Zeit, wo ich jetzt selber sage, das war ein bisschen viel Alkohol. Aber dann hat es auch... Findest du? Ich weiß nicht. Ja, Rob ist so ein Säufer. Er hat sich so angefühlt, dass ich nicht in meiner Erwachsenenzeit ausleben konnte. Ah, krass, geil. Er hat auch immer gekocht vor uns. Ja, stimmt. Er hat dann brutal Kalorien stark, das Ganze. Und dann hatten wir noch ein Wurstfilid daneben. Das war der Laden, wo wir halt immer Chipburger und Apropos gekauft haben. Da haben wir echt viel. Alter, der Stefan Raab-Kiosk. Du willst gar nicht wissen, wie viel Geld wir dort ausgegeben haben. Der Stefan Raab-Kiosk. Also freundlich war er jetzt erstmal nicht zu mir, sondern weil er war ja auch der Stefan Raab-Kiosk. Ja, da bist du. Und dann hat er mir irgendwann so sein Handy davor gehalten, hat gezeigt, so Trickshot-Videos wir damals gedreht haben. Und so auf Facebook hättest du 20 Millionen Klicks. Und er so, bist du das? Ich so, er bin ich so. Korrekt, Bruder. Köln. Geil. Zeit war, eine kranke Zeit auf jeden Fall. Ja, und nach Köln ging es für dich nach Richtung Aachen. Da war zwischenzeitlich auch noch der Gedanke, ob ich auch mitkomme. Da fing es irgendwie auch alles an, dass ich mehr auf eigenen Füßen stand, auch mehr mein Ding gemacht hat und irgendwie eine Vision hatte. Ja, es war, glaube ich, immer so. Wir wollten immer schon von vornherein beide YouTube-Shit machen. Voll. Du hast dich halt immer wieder eingebracht in die Videos und warst irgendwann unentwerdlich für die Videos. Das ist schon krass, Alter. Das ist schon krass, ne? Aber versteht man natürlich auch so. Rob wollte ja seinen Kanal, hat er ja auch erfolgreich gemacht. So, und es ist für beide eigentlich gut gelaufen. Das Einzige, was halt echt krass, ist halt wirklich, dass, wie heißt es, dass Ju halt einfach die Videos gar nicht mehr macht, sondern auch quasi nur noch streamt und, ne? Aber es ist halt auch viel Arbeit, so. Ich muss halt auch nicht irgendwie ein Video fassen, so, ne? Der Traum war immer, dass beide YouTuber wurden. Ich habe immer, glaube ich, versucht, so, mach doch das, mach doch das, mach doch das. Auf jeden Fall. Aber du warst trotzdem so fokussiert. Ich gehe noch meinen Weg, aber du wolltest einen richtig geilen Plan, du wolltest einen richtigen geilen Einstieg haben, den du im Nachhinein auch extrem hattest. Dann hat dich so irgendwann getrennt, so. Aber trotzdem freundschaftlich. Wir haben gesagt, okay, geil, so was in Köln. Ich war in Aachen. Wir hatten da einmal diese Pyjama-Gang, ne? Ja, true. Mit Joey, Rezo, du und ich. Ja. Das war auch eine wilde Zeit, weil wir irgendwie einfach mal, ich glaube, acht Videos in zwei Wochen gemacht haben. Das war, ey, ja. Und die waren alle high-quality, so. Das war echt. Und alles in dieser Zeit war einfach immer so krass. Ja. Krass intensiv. Aber das war noch so eine Zeit, wo wir nicht erzählt haben, was noch nebenbei passiert ist. Das war diese, es sind schon lustige Storys passiert. Bei der Pyjama-Gang. Ja, okay, das würde ich jetzt vielleicht rausschneiden, aber wir waren halt über zu. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hast du nicht Bock, auch nach Aachen zu ziehen? Chris und ich, wir beide zu dir, so. Ja. Let's go nach Aachen. Joey, du und ich, so. Da hast du doch entschieden für Köln. Und ich glaube, das war auch das Beste, was du machen konntest, weil dann ging dein Weg auch los, so. Voll, voll, voll. Und der war ja auch krass, du hast heftige Pranks gemacht mit Simon Will, die auch wirklich extremst funny waren. Also es war halt irgendwie so out of the box, so, ne? Das ist krass auch, ne? Das ist wirklich krass, Digga. Diese Pranks, die machen die ja auch nicht mehr, ne? Ich glaube, die haben auch nicht mehr so viel Kontakt, aber geisteskrank aufwendig auf alles. Freunde, wenn ihr auf dem Video noch keinen Like dagelassen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Jo, wenn nicht, dann habt ihr mindestens sieben Tage lang Pech. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abonnement auf meinem Kanal gar nicht freuen. Deswegen überleg erst gar nicht zu abonnieren, du kleiner Hunde. Ich mach natürlich nur einen Scherz. Lass dein Abo da. Hehe, danke. Okay, tschüss.